Gemeinsam mit meinen Kolleginnen bringen wir Unternehmen aus der Region und die Fachkräfte von morgen zusammen. Wir sind da, wo die Schülerinnen und die Auszubildenden von morgen sind, zum Beispiel in den Schulen. Wir informieren rund um das Thema Berufswahl und unterstützen bei den Weg in die Arbeitswelt. Schüler und auch Eltern, zum Beispiel unserem Parents' Day. In 90 Minuten erfahren Eltern alles Wissenswerte rund um das Thema Ausbildung und wie sie ihre Kinder optimal unterstützen können. Am 16. Juni. Seien Sie dabei. Lassen Sie uns gemeinsam Fachkräfte sichern. Ich bin in der IHK für das Netzwerkmanagement der Allianz für Fachkräfte Nordrhein-Niedersachsen zuständig. Das heißt, ich unterstütze Projekte, die Strukturen und Angebote zur Fachkräftesicherung entwickeln. Ziel der Projekte und auch unserer Bündnisaktivitäten ist, die Fachkräftesituation für die regionale Wirtschaft zu verbessern. Am 15. Juni freue ich mich auf die Jahreskonferenz. Da beleuchten wir die Arbeitswelt im digitalen Wandel und die Chance der Unternehmenskultur für die Gewinnung und Bindung von Fachkräften. Außerdem laden wir Anfang Juli gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Lüneburg-Ulsen Unternehmen ein, die gezielt Unterstützung für die Rekrutierung und Integration ausländischer Fachkräfte und Geflüchteter suchen. Ich bin gespannt auf die Veranstaltung. Ich hoffe, Sie sind es auch. Es wartet viel Input auf Sie, passend zu unserem Jahresthema gemeinsam Fachkräfte sichern.